Das ist das, was die hier unter Freiheit verstehen. Dass man sich sein Essen so aus tausend Einzelteilen selber zusammenstellen darf. Wow. Jetzt erzähl doch mal, was hast du denn so den ganzen Diebenlangtag gemacht? So alleine. Und wie sieht er aus? Caro, das ist Raul. Versprich mir, dass du nie was mit ihm anfangen wirst. Moni. Wird's jetzt gefährlich? Und was ist, wenn der Hurricane wirklich kommt? Egal, was passiert. Ich werde die Insel auf gar keinen Fall verlassen. Die Frau, die da eben angekommen ist, weißt du, was die ist? Eine Geisterjägerin. Ja. Deine Frau. Die Frau. Die Frau. Die Frau, der sie teut. Smile!